Aha, 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 aha. Und jetzt südwestlich. Ja, da ist doch der Bach. Kann ich hier durch? Oh nice, die Füße kurz abkühlen hier in diesem... Feuerigen Gemüt Ich lauf meinen Weg am Bach entlang Wo einst die Rauchsäule stand Doch ich seh sie nicht mehr Doch der Wasserfall ist da Es ist ein wirklich schöner Wasserfall hier. Auch wenn die Mädchen lieben eine Skinny-Dipping, ich glaube, sie sind nebenbei. Ja, genau, denke ich auch. What a detective. Yeah, yeah, yeah. Die haben schöne Melodien genannt. Ein weiterer schöner Song. Den ich mir anhören darf. Und dann melde ich doch mal die Aussicht. Weil ich fast berauscht bin Von der schönen Aussicht. Hey, what's to the south of here? Ähm, Mexico? Mexico, weiss das. I just have a nice view to the south. You know, Trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Ah-ha. I found one of their empties. Guess we're on the right track. Roger that. Sie werden hier irgendwo sein. Ich brachte euch ein. Ich brachte euch ein. Lass das Verwüsten sein. Ich brachte euch ein. Ich brachte euch ein. Ich brachte euch ein. Stimmt mir die Beine in dem Bauch. Auch wenn ich lauf. Auch wenn ich lauf. Oh ja, der Weg für mich zurück ist Glück. Der Weg für mich zurück ist Glück. Was ich hier sonst mach? Vielleicht besuche ich sie, denke ich. Oh ja, scheiße. Oh Mann. Ich weiß nicht. Wenn du zu besuchen möchtest, solltest du gehen. Nicht ein paar Arscherchen dich weg von jemanden, du liebst. Ich denke über das. Richtig so. Ich gehe doch nochmal zurück. Ähm, bis dahin, wo ich die Bierdose gefunden habe. Leider hat sich die Spur daher auch schon wieder sehr schnell, äh, ja, in Rauch aufgelöst. Schade. 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 Doch ich gehe den Weg hier wieder hoch und hoffe, ich finde sie mittel auf Koks. sowas. Oh ja. Für den Groove. Jawoll. Ich habe es geahnt, ich habe es geahnt. Ich könnte mich so aufregen. Diese Schweine. Teen Zone. Hier. Ich habe keine Ahnung. Ich komme an. You alright, baby? Alles überprüfen. Ein paar Bilder, sagte die Dame. Wir werden auch nochmal vom Lagerfeuer ein Bild machen. Und wir gehen... Ach du Scheiße, ich habe nicht mehr viele... Ne, ne, ne. Wir werden jetzt einfach keine sinnlosen Bilder machen. Okay, okay. Okay. Zerrissene Kleidung. Komm Leute, davon muss ich aber noch ein Bild machen. Ja, Scheiße, 14 Bilder nur noch. Ja, so muss man Haus halten. Aber hier, gestohlene Laken. Natürlich. Ich will den Scheiß hier wegpacken, eigentlich. Okay, und jetzt hierzu. Das ist alles völlig zerrissen. Alter. Dreckig, dreckig. Ja, haben sie recht, äh. Haben sie recht, auf einmal sieht sich sie. Ja, zerrissene Kleidung. Habe ich jetzt nicht gemeldet? So. Nein, Mann, gar nicht. Zählt der Teenager auch, äh. Ja, cool lesen. Hallo, Psycho. Hoffentlich bist du jetzt glücklich. Wir hauen ab und gehen zur Polizei oder so. Und erzählen ihnen, dass du dich am See an uns herangeschlichen und dann unser Zelt und unsere Sachen kaputt gemacht hast. Hey, war ich gar nicht, aber krass. Und Höchstchen-Clown ist echt pervers. Wahrscheinlich bist du ein Irrer, der mit seiner Axt Leute umbringt. Du wanderst so, du wanderst so was von ins Gefängnis. Boah, wie lese ich denn? Du wanderst so was von ins Gefängnis. Verrückter Hund. Hoffentlich war es das wert, uns wegen ein bisschen Feuerwerk dumm anzumachen. Arsch. Okay, okay, ähm. Er wird natürlich aufbewahrt. Aufbewahrte Notizen lesen. Ja, sehr nice. Ähm. Ja, was für uns bedeutet, dass sie selbst nicht wissen, wer auch immer das hier alles zerrissen hat. Ich muss noch mal kurz gucken. Schlafsack kann ich nicht mitnehmen. Den Schlafsack kann ich auch nicht mitnehmen. Sie wissen selbst nicht, wer das hier so zerstört hat und vermuten selbst, dass ich war's. Hä? Dass ich das war? Oh, sie sind weg, für sicherlich. Wie kannst du dir sagen? Die Mädchen haben jemanden, ich glaube, eine Noten. Was sagt das? Ich habe mich auf die Polizei kenne, weil sie denken, dass ich sie attackierte. Oh mein Gott, well, äh, hast du das? Alter. Alter. Don't be ridiculous. It's not ridiculous. I've known you what, 24 hours? Maybe, maybe you're nuts. Haha. Oh my God, look, I just came out here to sit in a tower, alright? Not get into some mess with a bunch of coeds. It's fine. They're, they're gone? Yeah, they're gone. But you should see this place. It's just, it's weird. Terrified. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Tag 3. Tag 3. Es ist angerichtet. Sehr schön. War bis jetzt auf jeden Fall geil spannend, ey. Ja, sehr schön. Erstmal die gebrochene Fensterscheibe reparieren. Hey, Henry. Ja. Ähm. Was sah du? Warum hast du gefragt? Weil ich bin schuldig superfisch. Ja, Adonis, Baby. Ich bin Adonis. Wie Burt Reynolds. Ah, komm. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Haha, okay. Oh, is that so? Ja. Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Haha, is that cool, ey. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, uh, you know, PC or whatever they say. Haha, is that geil. Oh my God, you are the whitest man. Hey, stimmt gar nicht. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Ja, nichts. Smokings. Ich versuche gepflegt Klamotten. Ich denke nicht. Ja, Smokings. Haha, geil. Natürlich. Natürlich. Ja, ist doch klar. Ich habe mit Maldin, ich habe einen dünnen Schnurrbart und eine... Ne, komm, ich habe einen dichten Bart. Klar, ist doch geboren. Ich habe welche. Ich werde mit Maldin, ich werde es selbstverständlich machen. Ich bin gut. Deine Augen, erzähl mir. Möde. Möde, denke ich. Oh, ja? Ja, du kennst, du hast eine bestimmte Zeit, und du... Du denkst, du bist eine jüngere Person, die einfach so lebt. Oh, Mann. Speak für dich, Herr. Ich denke, das ist zu viel alt. Ja, rein hier in die Butze. Ja, also ich wurde so eben gezeichnet. Sehr nett. Das hat ja schon, ähm, hier seine Delia, Delia, heißt sie so, hat das ja schon gemacht. Ich denke, das soll so ein bisschen, ähm, ja, sentimental wirken. Ich weiß nicht, also halt irgendwie das so irgendwie darstellen, dass die beiden sich näher kommen. Die hier jetzt, oder? Ich weiß, soll ich sie mitnehmen? Pflanzenwelt. Brandpfeilgerät. Ja. Kaffeekarne, nimm sie. Zurücklegen, ja. Ich spüle, kann ich auch nichts mit anfangen. Die zerbrochene Fensterscheibe auch nicht. Whisky. Für später aufheben. Danke. Achso, habe ich eingesteckt. Ja, okay. Vielleicht kann ich das ja unterwegs gebrauchen. Glasreiniger. Ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt... hier unterwegs sein werde. Mir wird ja jetzt nichts gesagt. Ich wurde ja nur einfach gezeichnet. Na ja. Gehen wir mal einfach ohne ihnen... Marschbefehl nach unten. Vielleicht sehen wir ja, finden wir ja was. Keine Ahnung. Suche nach Brettern. Ach so. Suche nach Brettern für das Fenster. Ja, schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einen Cut reingesetzt habe. Ja, sehr gut. Ähm. Weil ich bin natürlich hier einfach nur sinnlos rumgerannt. Mal hier den ganzen Park umrundet. Ja, okay. Nicht den ganzen Park. Aber war schon... ...ordentlich blöd. Ja. Ja. Nageln sie. Ja, aber ordentlich nageln. Und rein. Und rein. Da ist das lecker. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Gut gemacht. Ich habe das WINDO all patched up. So, was soll ich jetzt tun? Was ist nächst? Was ist nächst? Was du denkst ist nächst? Well, du hast mir die TASK für zwei Tage lang. Was ist nächst ist, dass du in der Raum sitzt bis September 1st und mich auf das erste Sign of Smoke zu telefonieren. Oh. Ja. Warum nicht du mich wissen, wenn du mentaliert hast für die TASK? Und ich werde es dir. Okay. Okay. Ich denke, ich bin bereit für meine langfristige Komitee zu halten, um zu halten, diese National Forest zu schützen. Von total destruction. Ich bin glücklich, dass du wirklich das gemacht hast. Natürlich. Wir haben dir einen komforten Knie zu sitzen und alles gemacht. Du wißt, es ist wirklich nicht so komfort. Es ist wochen, und es gibt keine Paddung. Ja. Ah, okay. A short day. Wow, nice. Ja, natürlich. I might never leave. Well, uh, I called with some bad news. Oh, no. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Okay. Ja, ich lasse mich... Das ist eine gute Frage. Äh, ja, lieber nicht. Wir sollten es besser melden. Äh, wir sollten es... Komm. Wir sind recht schaffen. Okay. Ja, wer schon. Ja. Oh, okay. Wow, das springt ja jetzt ganz schön. Klar, da hat nicht jeden Tag hier was passiert. Äh. Schön, dass der Mann jetzt ein paar Runden, äh, ruhige Tage hier erleben durfte. Ja. Ja, 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 ich bin wach. Wow. Hast du mich zwar ge... Was ist da los? Wann er jetzt... Doch, die Bretter sind noch. Die sind noch da. Ja, Schatz. Hey, you big dumb idiot. Alter. You're a big dumb idiot. Hahaha. Oh, Baby, you sound tired. Yeah. Mmh, I am. Da oben bist du. Are you having a nice time? Wer... Sure. Are you everything good there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. That's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Wow, die klinkt aber. Delilah seems nice. Mmh, sure. Bye, Baby. Okay. Okay. Kann ich gar gar nichts mit anfangen. Krass. Die klang ziemlich traurig, ey. Ziemlich fertig. Ja. Ja. Besorge Vorräte im Norden. Ja. Oh, okay. Oh, man. Ja, Schatz. Ich werde es holen und ich werde die Bohnen nicht alleine leerst essen. Du warst, ich glaube, und all ich hörte war das Name Jules durch die Mumbles. Ich habe nur gedacht, dass es so süß ist. Ich wollte dich aufwachen, aber dann dachte ich, dass du vielleicht eine schöne Konversation hast und ich würde es einfach spüren. Ich hoffe, dass du okay bist, wenn es um sie geht. Was bin ich? Ich bin. Gut, ich bin glücklich. Javier. 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 Er ist unglaublich, caring, sexy als hell. Er war ein Driller in Casper. Wir haben uns seit fünf Jahren verabschiedet. Ich war mit der Wyoming Outdoor Leadership School und ich bin beschäftigt. Ich wollte es so viel zu tun. Ich wollte es so extrem zu tun. Ich wollte es so sehr gut sein. Und ich war sicher, dass ich mich in Javier verabschiede, als ich mich verabschiedetze. Javier war auch ein guter Erklärung. Ich war mit der Stadt, zu spüren, zu essen, zu abschneiden. Ja, ich bin dran. Dann, Javier. Javier wurde verbrannt, um in Gillette zu arbeiten. Und um, also zu einem Grund für einen Grunde. Oh, man. Ey. Oh mein Gott. Ja toll, jetzt habe ich... Ähm, warte mal. Ich habe doch jetzt hier schon eine Sache mitgenommen, die war gar nicht... Ach du Scheiße. Das war gar nicht für uns, ne Baby? Ich habe dir zugehört. Ich bin jetzt gerade nur verwirrt, weil ich... Ähm... Oh nein, ey, ich alter Scheißdieb. Ah, ich Rattenfleisch. Ich altes, geiles Rattenfleisch. Yes. Nein, habe ich nicht... Ja... Ähm... Hass mich nicht, Schatz. Ah, geil, ey, das ist ja richtig gut. Nice, Digga. Ah, das ist ja... Ah, das ist ja... Ja, ich nenne es Ähm, na jetzt Flapjack vorher Oh ja, so ganz unkreativ Ja, ja Ja, ich weiß Ja, ja Yes, Baby Ganz genau, Baby Die Toilette benutzen, 100 Pro Oh, nice Geil Ich weiß Ja, komm Ja Was? Hab ich doch grad noch Okay, I'm looking at it again I love how they look at night During the day it's just smoke, but When the sun is down, you can just get lost Also, also jetzt nicht unbedingt hier, aber In real life, so ein Feuer Ja, ich bin auch froh, wirklich Sicher bist du das, ich auch Ich frag einfach mal Das stimmt schon, ne Ja Tja Maybe, Baby Mach mich Ja, komm Ja, komm, wär ich auch Ja, was könnten wir tun? Ich will's aus deinem Mund hören, Baby Well Let me tell you Henry, I've been in this job for 13 years And nothing like this has ever happened before Maybe I'm just losing my mind I need you to feel safe out here Well, I sure don't now You will I promise 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 I promise